Der New Balance 1080 in seiner vierten Version ist ein Leichtgewicht unter den Topmodellen der Dämpfungskategorie. Und selbst lange Strecken auf härteren Untergründen laufen sich mit ihm sehr bequem. Die neue Generation strottet vor Dynamik. Dazu trägt auch das geringe Gewicht und der flache Aufbau bei. Phantom Fit, ein zweilargiges Obermaterial, erzeugt im Schaft festen und sicheren Halt. Es umschließt den Fuß ohne Druck auszuüben. New Balance kombiniert in der Zwischensohle Actever Light mit seinen N2-Elementen für optimale Dämpfung und für sanfte Abrollbewegung. Die Tibi Mittelfußbrücke unterstützt dabei eine besonders natürliche Abrollbewegung. Und damit die Beweglichkeit nicht zu kurz kommt, wurden anatomisch angepasste Flexkerben integriert. Die Endurance Außensohle zeichnet sich durch Langlebigkeit und Abriebfestigkeit aus. Der New Balance 1080 V4 wird alle Neutralläufer begeistern, die einen komfortablen und gut gedämpften Schuh für viele Einsatzmöglichkeiten suchen. Und diesen Schuh könnt ihr natürlich in unseren Runners Point Filialen bekommen oder gleich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. Und dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.